Heyho liebe Minecraftler und herzlich willkommen zurück zu MMMMINECRAFT! Endlich gehts weiter! Da sind wir begeistert um 3 Uhr morgens! Auf jeden Fall! Auch von mir aus herzlich willkommen! Machst du auf meinem Server! Auf deinem Server? Auf deinem Server? Von dir gehorsteten meinem Server! Gehorsteten! Ok, wie es ausschaut, also ich habe ja letztens, ich glaube das war vor 2 Tagen, meine Rundfrage in Facebook gestartet, wer denn Bock hätte, dass ich wieder aufnehme und es haben sich tatsächlich 11 Leute zusammengerafft und mir einen Daumen gegeben, fand ich super! Hat mich echt tierisch gefreut! Da habe ich gedacht, da lasse ich mich doch nochmal auf den Virinum ein! Hey, ich habe Erfolg! Ich auch! Ne, warte, den habe ich noch nicht! Jetzt habe ich den Erfolg! Das LP hat den Erfolg Inventur erzielt! Den hast du noch nicht! Doch, den habe ich schon! Echt? Ja! Oh man! Aber ich habe auch Getting Wood jetzt! Getting Wood? Ich habe etwas vor dir auf dem Server! So! Ach, kann man nichts machen! So! Und noch ein paar Eckrahmenbedingungen, die wir abklappern müssen! Mir fällt gerade keine ein! Ich freue mich auf jeden Fall wieder aufzunehmen! Also wirklich, Studium nimmt natürlich viel Zeit in Anspruch! Ich glaube, der Jens kennt das! Ja! 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 Ist ja eh durch! Keine Ahnung! Ich kenne das auf jeden Fall! Das ist Zeit in Anspruch! Deswegen werden wir wahrscheinlich weniger Aufnahme-Sessions machen, aber dafür längere! Ich zumindest! Ich weiß nicht! Wie gesagt, wir haben jetzt 3 Uhr morgens! Ich versuche die Nacht durchzumachen! Die Nacht zu dem Tag zu machen! Ja! Ich kann leider nicht so lange bleiben! Weil ich morgen bei einer Inventur helfe! Also wir nehmen ja jetzt... Flasche! Wir haben jetzt heute den 31. um 2.36 Uhr! Und da muss ich dann... Ja! Morgen! Beziehungsweise heute! Nachher! Bei einer Inventur helfen! Deswegen kann ich nicht so Ewigkeiten aufbleiben! Boah! Du Loser! Kann man nix machen! So! Und zwar habe ich mir wieder ein neues Haus ausgedacht! Und ich schwöre euch Leute! Das wird das geilste Haus, was ihr je gesehen habt! Ihr könnt alle in die Tonne kloppen! Egal ob der Virinum heißt! Ob der Germane Franz heißt! Alle in die Tonne kloppen! Oder ob der Dubster heißt! Könnt ihr auch in die Tonne kloppen! Ne! Aber wirklich! Das Haus wird echt episch! Und ich habe mir auch wirklich viel viel Mühe gegeben das zu designen! Und habe es nicht mal auf einer Seite hinbekommen! Was schon was heißen will! Das letzte Haus war auf einer Seite! Und ja! Das war schon groß! Wieso bauen wir eigentlich die ganze Zeit nur Häuser? Äh Häuser sag ich schon! Äh Häuser sag ich schon! Äh Bäume ab! Hat das irgendeinen Grund? Äh äh Holz ist immer gut! Warte wir machen mal so Werkzeug! Also wir brauchen auf jeden Fall Holz! Äh wir brauchen aber auch Eichenholz! Eichenholz brauchen wir auch! Eichenholz brauchen wir auch! Eichenholz brauchen wir auch! Oh! Fortgeschrittenes Handwerk! Respekt! Ich bin am überlegen wo ich denn mein Haus hinbauen soll! Hier willst du hier in den Wald oder um? Auf dem Berg oder so? Ah das wäre mehr so... Ne! Warte kurz! Ähm! Und ich glaube der Virenum lässt eine Face Game mitlaufen! Naja! Ich glaube da... Also rate ich jetzt einfach mal! Da hast du dich! Hat er nicht davor gesagt oder so! Hast du dich geraten ja! Ah gut! Ähm und ich werde mir irgendwann mal auch eine Face Game irgendwie zulegen glaube ich weil ich hab darauf auch Bock weil ich sehe auch hammergeil aus und dachte mir eine Face Game wäre auch... Warte! Das kann ich auf jeden Fall bestätigen! Hahaha! Okay! Ähm! Ja! Warte! Ähm! Wohin das Haus? Das ist die Frage der Fragen! Ich würde mal sagen wir gehen mal hier lang! Warte! Ich baue gerade noch einen Baum ab! Moment! Ja! Moment! Ich guck eh noch! Oh ich fäh grad ich bin etwas zu laut! Das ist ein Ding! Naja bist du nicht! Na bei mir schon! Ich übersteuere! Aber jetzt so ein bisschen aber... Ich glaube es ist sehr ertragbar! Also für mich... Es geht! Wo bist du hin gelatscht? Hier so! Hier so! Moment ich hab da immer gesehen... Ah hier ist eine Kuh! Hier so aber ich... Habe ich doch glatt eine Kuh mit dir verwechselt! Ihr seht euch so ähnlich! Höhö! 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 Spacken! Ich seh dich echt nicht! Wo bist denn du? Hier! Ich höpfe! Ich bin bei der Rose! Alter! Bei welcher Rose? Gib mal Koordinaten durch! Warte! Ich stell mich ganz oben auf den Berg! Dann siehst du mich! Hier! Guck! Ah da! Alles klar! Ja ja! Hier lang gehen wir jetzt! Ich weiß nicht! Ich würde sagen das in Ordnung! Ich bin beim Fliegenpilz! Ah hier ist ein Creeper! Und ich hab keinen Plan ob das hier alles gut wird noch mit dem Sound und so weiter und so fort! Ich hoffe doch! Also wir hatten gerade so ein paar Schwierigkeiten! Du hattest Schwierigkeiten! Ich nicht! Beziehungsweise er hatte Schwierigkeiten! Ich bin Profi! Ja eben! Bei mir ist alles professionell abgelaufen! Huch! Aber! Ich komm hier nicht hoch ey! Das nervt mich schon! Er muss hier lang klatschen und dann hier und dann hier! Scheiße! Warte! Ich mach was ab! Ich krieg das nicht hin! Und dann hüpfe ich hier hin! Ey! Du Sack ey! Ich spring mir doch nicht in die Faust! Ich bin ja immer noch zu laut! Was ist denn das? Ja wenn du so brüllst man! Wie so ein Affe! Ja dabei haben wir halb drei nachts und schon wieder in die Kuh! Du brüllst wieder rum hier! Oh jetzt langsam stottert das doch! Ich hab 17, 18 FPS! Das ist nicht gerade viel! Oh! Ich weiß nicht wie viel ich hab! Muss ich mal gucken! Ja bei mir hab ich ja diese schöne Zahl oben! Die ihr jetzt nicht sehen könnt als Zuschauer! Aber die ich sehen kann! Wo bist du jetzt nochmal hin? Hier so! Ja was heißt denn hier so? Hier! Ne! Ich seh dich auch nicht! Also ich bin immer weiter in die Richtung gelaufen! Richtung äh Wasser? Ja! Ja! Alter bist du ja da unten! Wasser! Ja! Ich hab kaum noch Leben! Also ich sterbe gleich und dann muss ich den ganzen Weg nochmal finden! So ich guck mal! Was hab ich? Wie viele Frames hab ich? Ich hab aber seit in der Lagune können wir eigentlich das Haus bauen! Ich hab 57 Frames! 53! 57? Warum? 54! Ja warum nicht! Wir gönnen dir reichlich! Warum hast du so viel man? Ja ich nehm nicht mit dem Programm auf sondern mit der äh mit der wir auch Mario aufgenommen haben mit der H-Pack gedönster! Ah ok! Und das funktioniert besser? Das funktioniert wunderbar weil halt diese Rechenleistung von der H-Pack sozusagen das Bild berechnet zum Speichern und nicht Fraps oder keine Ahnung Dxtory! Ich hol mir auch noch einen Quatsch! Weil dann kann ich auch meinen PS4 aufnehmen! Ich hab schon eine! Ähm! Guck mal hier haben wir eine Werkbank! Das Wasser sieht bei mir so komisch aus! Irgendwie das ist so... Ja bei mir auch blau ne? Ja! Also es ist ganz komisch dass das blau ist! Das äh... Ne das ist... Das hat irgendwie so Streifen drin! Muss ich mal gucken! Ja das ist blau! Blaue Streifen! Och die hast du auch! Jaja ne Quatsch! Watt! Egal! Ähm! So! Was bauen wir denn jetzt? Ich lass mal eine Holzspitzhacke damit wir Stein abbauen können! Ich glaub das ist immer eine gute Idee! Glück auf! Hier ist Gravel! Ne Gravel will ich nicht! Ähm! Stein brauchen wir! Hier ist Stein! Hier ist ordentlicher Clean Stone! Ach da braucht man... Verdammt! Ich hab so lange keine... Minecraft? Spitz... Ja das auch... Ne Minecraft hab ich letztens noch gespielt! Aber äh keine Spitzhacke mehr aus äh... Holz gebastelt! Das ist... Da fühlt man sich so... Schwach ne? Ne ich wusste nicht dass man das mit äh... Mit dem... Holz macht? Mit dem... Holzbrettern! Ich hab das grad versucht mit dem normalen Holz zu machen! Achso! Ne mach mal mit Holzbrettern! Das ging natürlich nicht ne? Boah voll der Noob ey! Du bist nur hingelaufen alter! Also ich will auf jeden Fall mal ein Pferd oder so einen Quatsch haben! Weil äh das neu ist und ich sowas noch nicht kenne! Ähm! Ey such dich die ganze Zeit ne? Ich bin bei der Werkbank! Hi! Ich bin hinter dir! Hier! Ach da! Warte! Ähm! Also ein Schwert! Falls der mich schlagen will! Brauch ich auf jeden Fall! Ah hier schlag mich noch nicht ne? Ich bin fast tot! Ach hier vorne ist Stein! Juhu ich hab Stein gefunden! Ähm! Und noch ne Spitzhacke und noch ne Axt! Und so Timbermott und so ein Quatsch haben wir leider noch nicht drauf! Ne da hatten wir noch keine Zeit für! Drei Uhr morgens! Ja so spontan entschieden! So ja lass mal ne Aufnahme machen! Ja! Du machst schnell den Server! Und dann äh! Die meiste Zeit ist eigentlich dafür drauf gegangen dass wir darauf gewartet haben dass der Dubs dann mal seine Tonprobleme hinbekommt! Ich wieder ne? Ja! Unprofessioneller Typ hier! So! Ich würde auch sagen die ersten Nächte machen wir auf Feigling und überspringen wir! Ja oder wir setzen so lange die Schwierigkeit auf Null! Also auf einfach! Äh ne auf Peaceful also! Also äh aber dann haltet sich auch das Leben ne? Ah ne komm wir hauen wir hauen in der Nacht durch! Komm! Wir sind Hardcore Typen! Mir wurscht wir haben zwar ob Rechte für den Server aber wir müssen sie hier nicht verwenden ne? Müsst du gleich äh ein bisschen hier Bushido auch unter das Video legen oder so? Ja! Weil wir so hart sind! Ja! Vor die harten Typen wird schon Nacht! Ja deswegen hab ich ja gerade überlegt! Oh ich hab Angst! Ich auch! Ganz! Und ich mein sogar ernst! Jetzt werde ich schon wieder... Jetzt werde ich leid... Oh jetzt bin ich zu laut! Äh äh... Ja du bist... Du brüllst immer rum ey! Ich brülle rum! Ich hab Eichenholz! Ihr Glückwunsch! Äh kannst das mal eben hier so... Eben? Ja! Dann komm das schon wieder an! Und es hört nie auf! Ähm... Lass mich mal hier meine Steine abbauen! Nee! Doch! Nee! So und... Wir brauchen auf jeden Fall Holz! Fischholz! Stein brauchen wir aber auch ne? Und Stein brauchen wir auch ohne Ende! Ohne Ende! Einfach... Unendlich brauchen wir! Echt? Warte wie viel kann man mit einer Spitzhacke... Mit einer Holzspitzhacke abbauen? Kann man da... Hast du eigentlich ein paar Kühe getötet? Neunundfünfzig! Ne Kühe hab ich noch nicht getötet! Mach mal! Wir brauchen Essen ne? Ja... Hör mich stöhnt schon irgendwas ins Ohr! Das sind noch Schweine! Die töte ich mir schnell! Warte mal eben! Ich hab grad gesehen dass mein Ton... Mein Ton ist so leiser! Wollen wir mal aufziehen! Wie geht der Set? Difficult? Difficulty... Null ne? Null! Null! Nein also Difficulty... Also... Difficulty... Zero! Mh... Mh... No! Okay! Weil ich glaub am Anfang ist das Kacke... Das... Das nervt nur zu sterben! Das machen ja sogar auch so Profis wie der Gronkh ne? Ja eben! Äh... 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 Ja... Kann sein! Gronkh ist ein Anfänger gegen uns! Ja... Ist der ich! Ich brauche jetzt schon einen Ofen! Hä? Ich brauche jetzt schon einen Ofen! Also ich brauche einen Ofen! Du weißt dir nicht kalt! Doch mir ist ganz kalt! Mir ist echt kalt! Huch! Mein... Mein Stöpsel ist rausgefluppt! Boah! Es sind hier viele Schweine! Die töte ich alle! Ach die alle platt! Ey! Was ist das hier für ein komisches Gras? Ich fühle mich gar nicht selber! Ah! Jetzt höre ich mich! Ah! Ey! Wusstest du das Gras jetzt zweistöckig wachsen kann? Ja! Das nennt man dann Farm! Echt? Echt! Also zumindest in meinem... Äh... Äh... Pack hier... Äh... Wer ist das denn? Mh... Nicht mal Pack! Texture! Texture Pack! Genau! Danke! Bei mir sieht das aus wie Farren! Ok! Krass! Du meinst ich soll Kühe suchen! Ich find keine Kühe! Ich hab genug Schweinefleisch! Schön für uns Muslime! Für unsere muslimischen Freunde! Guck bitte genau hin! Wie wir das essen! Ja! Nein! War natürlich nur witzig! Oh! Ich hab ne Kugel gefunden! Was blablabla! Ähm... So! Ich hab jetzt 20... 21... Schweinefleisch sogar! 20! Hol auch viel... Äh... Viel Samen hier! Weizen... Ne? Zue ich mal 3 Stacks... Äh... Ja! Alles! Ähm... Baust du den Aufzug oder baue ich den? Aufzug? Ja! Hä? Wohin Aufzug? Wir brauchen so Lastenaufzug! Dass wenn du irgendwo Items hinschmeißt, dass die irgendwie nach oben transportiert werden! Das brauchen wir jetzt schon! Aber geht sowas überhaupt? Äh... Ist auf Servern sehr schwierig glaube ich! Man kann es höchstens mit so Pisten bauen, aber das ist nervig glaube ich! Alles... Woah! Bei mir ruckelt's! Ich hoffe das geht! Freunde! Ich hoffe es geht! Ansonsten nehm ich ihn noch alleine auf! Nein Spaß! Zusammen macht's einfach mehr Spaß! Sonst alleine... Ansonsten guckt einfach bei mir! Bei mir läuft's flüssig mit! Warte! Äh... 60 Frames! Bei mir auch mit 16! Huch! Warte! Da war ein Samen den ich vergessen hab! Soll ich mich dann um die Nahrungsversorgung mal kümmern? Ja! Ein Ofen wäre geil! Ein Ofen steht schon da du Affe! Ja! Was weiß ich! Ich bin ganz woanders! Achso! Ich dachte du wärst da jetzt grad! Nein nein! Ich bin... Am anderen Ende der Welt! Ich bin in China! Deswegen seh ich auch noch was zu wenig! Hehe! Äh... Oh! Ich hab eine Rose gefunden! Wie schön! Boah! Wie lange Holz abbauen ohne Thema Mod dauert ne! Schrecklich! Ja! Ich hab jetzt letztens mal angefangen Hexits zu spielen! Aha! Naja! Auch auf dem Server! Ich halte davon nicht viel! Muss ich sagen! Was hättest du denn von dem Hero-Projekt? Also dabei wär ich gerne ne! So! Hehehe! Aber jetzt... Täglich guck ich's nicht, sagen wir so! Also... Es kann nicht ja... Es kann nicht angeben, dass ich den Dehner persönlich kenne und so! Ja, voll die Connections! Hol den mal hier rein! Voll die Connections! Der sagt jetzt ich hab elf aktive Zuschauer! Yeah! Der dürfte sogar noch online sein! Aber ich hab dem eben geschrieben, der nimmt wahrscheinlich jetzt gerade wieder auf ohne Ende. Der war ja bei seiner Family über die Tage, über die Weihnachtstage. Und der nimmt da wahrscheinlich wieder ganz viel fleißig auf und so. Frag den mal eben. Bock auf, ne? Ich kann ihm gleich mal schreiben, aber... Ja, mach mal. Wird doch lustig, bin er. Nächste, weil... Ich hab dann gar nicht mehr... Das gibt ja meine Aufnahmen, weißt du. Ich brauch ja ein bisschen Fame und so. Komm. Na ja, klar, ey. Wir machen das irgendwann anders mal. Ich frag den aber mal... Ne, jetzt ist es zu blöd kurzfristig und so. Komm, schreib mal. Spontan ist immer cool. Ne, das... Ich hab hier so komische neue Blumen. Rosenbusch. Geil. Der arme Felix, ich... Ich mein, ich hab den ja nicht kennengelernt als Dehner, sondern halt als Felix. Und das ist für mich... Ich schreib den an, ich schreib den an. Ich schreib vor ein Kumpel von dir, wenn ich will fragen. Netter Kumpel. Dein bester Kumpel. Dein aller... Du würdest mich für deine Familie opfern, das schreib. Ich würd dich für meine Familie opfern, ja. Das stimmt. Nein! Ich hab sogar richtig rumgesagt. Kacke. Ja. Ah. Dein... Dann sagt ihr auch schon. Das ist ne blöde Idee. Sag die Wahrheit, Junge. Lügen bringt nix. Wir machen... Wir planen das für ne andere Aufnahme. Also, äh... Guckt euch... Guckt uns immer fleißig. Und irgendwann ist vielleicht mal der Dehner dabei. Man weiß es nicht. Ja, habst kein Bock mehr auf den Spacken. Warum ich den kenne, könnt ihr euch auf meinem Kanal angucken. Da hab ich mal ein Video gemacht von Gravity Master, nennt sich das. Du hast... Oh, das ist ein Kanal. Ich hab einen Kanal. Mein Kanalname, der ist ganz geheim. Der darf keiner wissen. Ja? Okay. LenaFan123 Naja, eigentlich bin ich überhaupt kein Fan von dem. Aber egal. Ja, jetzt kommt er eh nicht mehr, wenn du das sagst. Also, muss ich sagen, ha, der Dehner, ich bin der größte Fan, die gucke ich die Videos, gucke ich gerne. Ja, ne, wir sind ja auch kleine YouTube-Spacken hier. Ja, und wir zocken ein Spiel, das spielt sonst kein oder kaum ein anderer Let's Player, also Minecraft. Das ist neu, ne? Ne, also wer spielt das denn schon? Ist jetzt ganz neu auf den Marken gekommen. Äh, ne neue Firma hat sich da versucht, die heißt Mojang. Und die dachte sich, ja, Klötzchen, die werden was. Aber ich bin davon noch nicht überzeugt. Also, ich glaube nicht, dass die die 100-Marke knappen werden. Knappen. Knappen werden. Ich kann ja eben gucken, wann er das letzte Mal online war, ob er jetzt irgendwie gerade mal bei WhatsApp online war oder so. Hat der auch noch Handy, ey. Hat der Handy, ey. Weißt du was, ich hab nur mal von Dark Dusk. Ich hab nur mal von Felix von der Datten. Äh, zuletzt online, heute um 2.51 Uhr. Komm, der ist noch wach. Ja, heute um 2.51 Uhr, also es ist ja jetzt gerade vor einer Minute gewesen. Na? Na? Äh, ich soll ein bisschen ruhiger sein. Ist ja schon spät, so, ne? Ich versuch ein bisschen leiser. Okay, vielleicht nehmen wir heute doch nicht so lange auf. Ja, dann lass das doch lieber mit dem Felix von anders machen. Ja, äh, warte. Ich wollte noch gucken. Ah, da hin, bist du? Ich wollte zumindest mal einen Klotz setzen heute. Das hab ich auch noch nicht gemacht, glaube ich. Ich hab noch keinen... Äh, Werkbank hab ich hingesetzt. Ah ja, stimmt. Den Ofen hab ich da auch hingesetzt. Äh, wo kann ich denn das Feld hinmachen für die... Für die... Nahrung. Ganz weit von meinem Haus. Ich brauche hier Blau... Äh, Bauplatz. Ja, weil... Blauplatz. Ups, das hat man kaputt gemacht hier. Das geht aber gar nicht. Ähm... Kannst du nachgucken, wie lange wir schon aufnehmen? Geht das bei dir? Nö, kein Plan. Also bei mir... Wir haben am Anfang irgendwie so viel gelabert, deswegen... Also bei mir steht hier jetzt gerade 19 Minuten. Und 40 Sekunden. Aber wir haben am Anfang ziemlich viel Mist gelabert, deswegen muss ich nur noch viel vom Anfang rausschneiden. Okay, das hört sich nach dem Plan an. Ähm... So, ich fang mal hier an. Zack. Dummdi 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 dumm. Zack. Zack. So, das muss jetzt erstmal 12 lang. Ich bin voll der Planbauer. Ich mach alles nach Plan. Ja, blöd ist mein Bruder zu Besuch, ne? Und der schläft halt im Zimmer nebenan zur Zeit. Eiei. Und der ist gerade aufgewacht. Das ist nicht Jutu. Das ist echt nicht. Da hätte man vielleicht schwit an was... Äh, naja. Ist ja was schuld, wenn er zu Besuch ist. Bisschen schwit ist immer. 10, 11, 12... Warte, 12... Ja, 12... Gut, dass wir das schon geklärt haben. 12, dann... Kommt die 13. 4. Nein, da kommt die 4. 12, dann kommen 8 sogar. 8, warte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann kommen... Hast du doch echt alles so genau hier aufgemalt und geplant? Nein. Nein. Ich doch nicht. So, so lange muss das erstmal hier... Das war meine Terrasse. Also ich lebe nachher dekadent auf jeden Fall. Wir. Ja, du kannst sagen. Ich darf doch wohl damit auch drin wohnen. Du bringst die Unnöte. Ist mein Server, ne? Ja, okay. Stimmt. Mein Server, der bei dir gehostet wird. Hä? Ich habe übrigens schon 3 Wolle, ne? Ich kann schon schlafen, du nicht? Ja, Hammer. Fühl dich schlecht. Ich fühle mich auch ganz schlecht. Ja, frag den Otto mal, ob der am... Frag den Otto mal, ey. Ob der am ersten Zeit hätte, also... Am ersten? Ich glaube nicht, dass ich am ersten zu gebrauchen bin. Ja, abends. Ja, muss ich gucken mal. Also der muss sich schon uns an eine Aufnahmezeit anpassen. So nicht. Also wenn der mit uns aufnehmen möchte, dann... Also da ich... Und vor 0 Uhr geht bei mir gar nichts. Und das ist wirklich so. Der Virenum kennt das. Das stimmt, das stimmt. Davor nehme ich gar nicht auf. Warum auch immer. Hat sich irgendwie bei mir so eingebürgert. Dabei jetzt habe ich, glaube ich, ein gut isoliertes Zimmer. Das wäre eigentlich... Vielleicht mal eine Überlegung wert, doch mal fest, früher aufzunehmen. Wir haben eine Idee, aber der Felix ist eh immer bis... Keine Ahnung. Also wir waren mal irgendwann zusammen im Kino und dann ist er an dem Tag um 16 Uhr aufgestanden. Und er sagt, das ist ganz normal. Also von daher... Wird das für den kein Problem sein, wenn wir ab 0 Uhr aufnehmen. Ja, dann. Ist er am ersten dabei, würde ich sagen. Ich frage ihn mal ganz vorsichtig. Okay. Fahin, da will... Sag, ich bin ein gut aussehendes Mädchen und dann passt das schon. Ja, da würde er bestimmt direkt drauf anspringen. Ja. 11, 12. So, 12 hatten wir. Dann noch 4. Also nicht, dass ich das hier geplant hätte, ne? Nee, nee, nee. Oh, ich brauche Fichtenholz. Hast du noch Fichtenholz? Ich habe Fichtenholz noch am Start, ja. Komm mal her. Komm nur noch her, ich bin ja gerade beschäftigt. Jetzt komm mal her. Moment, bin unterwegs. Okay, okay, dann baue ich erstmal was anderes. Mein Gott, ey. Ja, warte, bin gleich da, bin gleich da. Ah, ich bin mal runtergeflogen, Mann. Schmeiß mal auf die Brücke da. Die keine Brücke ist, aber jetzt noch aussieht wie eine Brücke. Okay, das sieht auf jeden Fall sehr interesting aus. Das wird noch voll geil, ich schwöre es dir. Schwöre, Bruder. Aber, wenn der Felix dich kennenlernt, dann hat der ja voll einen schlechten Eindruck von mir. Du denkst dich so, was hat der für Freunde? Ja, schrecklich, ne? Ei, 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 ei. Aber du kennst ihn doch auch, oder? Nö, also ich habe nicht mit ihm gesprochen an dem Tag. Aber wir haben dem auf jeden Fall schon von dir erzählt. Ja? Ja, ja. Im positiven Sinne? Meistens. Okay. Wirklich? Kann das sein, dass ich mich hier fallkul-kul-kul... Nee. Okay. Hast du noch Samen da, zufällig? Ich kann auch immer wieder neu produzieren. Warte, komm mal her. Man, siehst du solche Flachwitze? Komm mal her. Warte mal. Bitte, mehr hatte ich nicht. Nee, jetzt ehrlich? Ja. Ja, ich hatte halt noch da, aber ich wusste nicht, wie viel. Das ist die Mauer hier. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Darauf muss ich auch gerade denken. Komisch aber wahr. Wie dick muss das Ganze denn? Der ganze Spaß. Die... Nein. Zwölf, vier müssen weg. Also ich hier... Hier sollte ich dann doch da lang ziehen. Und wie weit habe ich das gemacht? Drei... Sechs... Neun... Zwölf... Fünfzehn... Achtzehn... Einundzwanzig... Vierundzwanzig... Fünfundzwanzig... Sagen wir mal... Sechsundzwanzig... Sagen wir mal 30 einfach. Grob geschätzt. Ähm, drei haben wir... Sechs, sieben, acht... Neun... Zehn... Oh, das wird alles hier eng. Eins, zwei, drei... Vier... Fünf... Sechs... Sieben... Acht... Neun... Zehn... Boah, ist das hier eng, dieser Raum. Drei... Vier... Fünf... Äh, einmal das... Einmal das... Einmal das... Neun... So, ich gehe nochmal was in die Höhle und versuche mal ein paar... Wo war die denn nochmal? Ähm... Ich... Äh... Da... Würde jetzt... An dieser Stelle auch schon Schluss machen wollen. Was? Ja, sorry, es geht nicht anders. Ähm, mein Bruder ist halt immer noch wach und... Ne, man muss ja auch Rücksicht nehmen. Ähm, hast du ein bisschen Inventar denn hinbekommen? Dann tu das mal in irgendeine Truhe reinschmeißen. Ne, das In... Das Inventar gehört mir. Lass einfach mal morgen Nachmittag aufnehmen. Hast du Bock? Ähm, ja... Oder für morgens? Ein... So ab 10 Uhr oder so morgens? Ne, ich muss morgen gleich noch was für meine Hausarbeit machen. Zuerkiss ja. Und, äh, Inventar habe ich ab 14 Uhr bis circa 16 Uhr. Danach habe ich noch ein bisschen Zeit, bis es dann aufgezogen hat. Silvesterparty. Okay, machst... Lass mir den Server über den Tag an. Dann gehe ich rein. Ich lasse den laufen soweit. Du kannst hier so Stuff reinmachen wie Holz und so. Das wäre ganz geil. Ja, ich habe nur das. Und, warte, ich tue noch ein bisschen davon rein. Und dann noch davon und Sand und Erde kriegst du auch noch von mir gratis dazu. Und einen Stock. Den nehme ich mir direkt. Da. Und meinen rein. So. Ähm, okay, dann tut mir leid für das abrupte Ende. Aber, äh, man kann auch nicht immer alles so haben, wie man es will. Ähm... Ne, ne, ne. Ich muss das auf jeden Fall weiter aufnehmen. Der Virino macht mir den Server so an, dass ich schon morgens rein kann. Ja, 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 ja. Ja, korrekt. Ähm... Und dann tue ich morgen weiter aufnehmen, dann werden wir genug Folgen für 80 Jahre aufnehmen. Und dann kann man sich in den Rußstand setzen. Bis dahin sagt der Virino und Tschüss. Tschüss. Und ich sage, haut doch ab, Leute. Nein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.